Warum hat man das auch abgestoßen für eine lange Zeit und nichts damit zu tun gehabt? Dann ist man natürlich etwas aufgeregt, vielleicht sogar sehr aufgeregt, wie im Krieg, unter Beschuss, wie hier die Reaktionen sind, wie das Leben weitergehen wird. Es ist für die Außenstehenden eigentlich überhaupt nichts Normales. Sie spielen es so auf der Playstation, schauen es im Kino an, geben dafür Geld aus, heroisieren es auch. Aber trotzdem, wenn sie in Kontakt sind mit solchen Leuten, sind sie da eher unwissend einfach.